Wien, am 11. November brach für viele Schlagerfans eine Welt zusammen, als Stefan Meross, 47, und seine noch Ehefrau Anna Carina Wojciak, 30, in den sozialen Medien ihre Trennung verkündeten. Lange hielt die Trauer aber nicht an, denn wenige Wochen später zeigte sich die Blondine schwer verliebt mit einem neuen Mann an ihrer Seite und scheint das Liebeshaus schnell überwunden zu haben. Romantik auf dem Weihnachtsmarkt, Schlagerstar Anna Carina Wojciak schwer verliebt Statt Herzschmerz und Tränen stehen bei Anna Carina Wojciak wieder Glücksgefühle und Regenbögen auf der Tagesordnung. Mit romantischen Schnappschüssen beweist die Schlagersängerin, wie sehr ihr Herzensmann, der Key Account Manager Daniel B. aus Österreich, ihre Vorweihnachtszeit verzaubert. In einem Instagram-Reell zeigt sich Anna Carina bis über beide Ohren strahlend auf dem Wiener Christkindlmarkt. Ihr Lieben, in diesem Jahr genieße ich ganz bewusst die Weihnachtszeit. All die wundervollen Dinge, die in den letzten Jahren zwecks Corona nicht möglich waren, schwärmt das Stimmwunder. Ich liebe es, freut sich die ehemalige Puppenspielerin über ihr neues Glück und ihre neue Freiheit nach der sechsjährigen Beziehung mit Stefan Meross. Die lauschigen Aufnahmen zeigen sie im schicken Winterensemble, unter herzförmigen Lampen und beim gemeinsamen Glühwein trinken mit ihrem Schatz, natürlich aus Tassen mit Herzaufdruck. Dazu ertönen festliche Klänge und man merkt gleich, Weihnachten ist für Anna Carina dieses Jahr im wahrsten Sinne des Wortes ein Fest der Liebe. Machst du richtig so? Schlagerfans freuen sich über neues Liebesglück von Anna Carina Wojciak. Anna Carinas weihnachtliche Videomontage kommt bei ihren rund 100.000 Followern sehr gut an und sorgt bei den Schlagerfans für große Begeisterung. Freut mich, dass du es so genießen kannst, jubelt eine Instagram-Nutzerin, machst du richtig so. Auch wenn sich Daniel bisher nur wenig vor der Kamera gezeigt hat, unterstützt er seinen Schatz tatkräftig und lichtet sie vor festlichen Kulissen ab. Dieser Kameramann verdient sich immer mehr Sterne, lacht ein User. Aber von dir hat er ja schon einen großen Stern. Während Stefan Maross die Weihnachtszeit alleine verbringt und auf die zerbrochene Liebesgeschichte zurückblickt, hat seine verflossene Schmetterlinge im Bauch. Neben verliebten Aufnahmen von Pärchenausflügen mit ihrem Traummann, präsentierte sich Anna Carina Wojciak zuletzt auch mit einer neuen Frisur. Aufnahmen von Pärchenausflügen Aufnahmen von Pärchenausflügen Aufnahmen von Pärchenausflügen